Ja, warum beschweren wir Bauern uns eigentlich, dass wir abgeschafft werden als Landwirtschaft? Wir liegen damit doch total modern voll im Trend in Deutschland. Schaut mal, was ist denn eigentlich noch hier in Deutschland, was wir selber können? Unsere Sicherheit, die garantiert mittlerweile einen Donald Trump in Amerika. Unser Gas, das kommt von einem Herrn Putin aus Russland. Unser Flüchtlingsproblem wurde gelöst durch einen Herrn Erdogan und einen Herrn Orban. Und unser Atomstrom kommt aus Frankreich und Tschechien. Und wenn ich das Gejammer über den Meiler aus Frankreich höre, neben Aachen, dann könnte ich fast nur noch lachen, wenn es nicht so traurig wäre. Unsere Klamotten kommen aus Bangladesch mittlerweile, weil die Textilindustrie ist ja schon lange abgeschafft worden. Und unsere Ferkel jetzt aus Dänemark, unser Rindfleisch aus Südamerika. Zuckerrohr statt Zuckerrümen. Und auch der Mais in den Biogasanlagen ist absolut nicht mehr gewollt. Wir schaffen hier einfach alles ab. Höhepunkt von all dem, die Automobilindustrie, die nicht aus dem Ausland hier abgeschafft wurde. Dass man uns bekämpft hat wirtschaftlich und gesagt hat, wir haben was Besseres als die Deutschen mit ihrem Verbrennungsmotor. Nein, nein, wir selber schaffen unsere Verbrennungsmotorindustrie ab. Und glauben dann, mit China mit Elektromotoren konkurrieren zu können. Naja, als nächstes kommt die Braunkohle dran. Und die uralten Braunkohlekraftwerke in Polen, die eigentlich lange abgeschaltet werden sollen, dürfen jetzt weiter betrieben werden. Also das ist wirklich schon Slapstick. Und das macht sogar die CDU jetzt mit. Das hätte ich nicht gedacht. Mal sehen, wann die NGOs auch ihre letzte Industrie aus dem Land gejagt haben. Ach nee, halt. Die haben ja die regenerative Energien. Und da sind sie ja so stolz drauf. Ich glaube, man kann es nicht erkennen, aber hinter mir ist ein Windpark. Ihr merkt, da haben wir ganz schön viel Wind heute. Da sind fünf Windräder, zwei stehen fast immer. Dann drehen sie mal wieder an und bleiben sie wieder stehen. Weil wir den Strom nicht loswerden im Augenblick. Die Sonne scheint, die Windräder drehen. Viel zu viel Strom zur Mittagszeit. Kann keiner loswerden. Und Gott sei Dank haben unsere Nachbarn da nicht mitgemacht. Weil hätten die auch diese Energiewende gemacht, könnten die uns jetzt diesen Überstrom gar nicht abnehmen. Und jetzt bezahlt also hochmodern, wie es die Deutschen nur können, die Krankenschwester, die nach Hause kommt und Licht anmacht, einen EEG-Beitrag für sich nicht drehende Windräder, weil die eine Abnahmegarantie haben. Und fiktiver Strom wird also jetzt denen bezahlt. Das ist Deutschland. Mal sehen, wie lange wir uns diesen Quatsch noch leisten können. Ciao.